lasst uns heute gemeinsam einen blick werfen auf die erste deutsche gedenkmünze des jahres 2023 dabei handelt es sich um die 20 euro gedenkmünze hans im glück wenn euch dieses video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt lasst gern ein abo da like das video teilt das video würde mich sehr freuen wenn ich euch hiermit begrüßen kann die 20 euro silbermünze hans im glück wurde am 19 januar 2023 ausgegeben und ist die zwölfte ausgabe der grims märchen serie die ja zu beginn noch zu den nominalen zu 10 euro ausgegeben wurde dann seit 2016 als 20 euro münzen die märchen der gebrüder grimm zählen seit dem jahr 2005 zum weltdokumentenerbe und alle bestandteile dieses märchens hat man auch wieder versucht auf die münze hier zu bringen man sieht im vordergrund mattiert hans im glück und im hintergrund mehr oder weniger stilisiert dargestellt seine tausch objekte das pferd die kuh der schwein die ganz und den stein sowie auf der rechten seite den brunnen im hintergrund die münze wurde in stuttgart geprägt trägt also das münzzeichen f die auflage dürfte nach meiner persönlichen schätzung wieder im bereich von ca 700 bis 750.000 exemplaren liegen wenn man sich so die prägezahlen der letzten jahre hernimmt die münze besteht wie immer aus 925 silber hat dabei ein gewicht von 18 gramm also 16,65 gramm fein silber sind da enthalten der durchmesser beträgt 32,5 millimeter die randschrift der münze lautet ich muss in einer glückshaut geboren sein der entwurf dieser schönen münze stammt von michael otto aus rodenbach mein persönliches fazit zu dieser münze das motiv gefällt mir sehr gut es ist nicht zu übertrieben modern aber hat auch nicht nur klassische bestandteile es ist ein gelungener mix aus alter und moderner darstellung und ich würde mich freuen wenn weitere ausgaben der serie auch so gut gelingen wie diese hier in diesem sinne ich bedanke mich fürs zusehen bei dieser kurz vorstellung hoffe das video hat euch gefallen und bis zum nächsten mal tschüss